So, wenn wir nochmal auf Profi was machen wollen, dann können wir entweder Tanglewood Street oder die Blastdale, das Blastdale Farmhaus auf Profi. Was haben wir heute noch nicht gehabt, oder? Was haben wir heute nicht gehabt? Oh, sofort jetzt. Tanglewood Street. Tanglewood hatten wir glaube ich noch nicht. Ne, Blastdale hatten wir vorhin und Tanglewood hatten wir glaube ich noch gar nicht. Nehmen wir doch mal Tanglewood, oder? Gut, dann nehmen wir Tanglewood auf Profi. Okay, dann brauchen wir starke Taschenlampe, Fotovat, Videokamera, Salzräucherstäbchen, Feuerzeug. Ja genau, Wagi. Habt ihr die bestellte Pizza dabei? Oh, Pizza. Entschuldigung, ich hör auf. Ich verlesse mich. Genau das fragte Geistern für die Geisterbox. Zwei, 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 Kerze brauchen wir ja, so haben wir gar nicht. Auf Haulicht haben wir eh die Links dabei. Ähm, Videokamera, Geisterbox reicht auch aus, Salz. Jetzt. Dann hat er die Perlen. Das ist Ice Cream. Dann danke ich fürs Zug beim Mokai. Hoffentlich hast du noch einen schönen Abend. Mal. Ja. Bis dann, Mokai. Dann haben wir alles, ne? Ja, das sieht gut aus. Einiges drin. Danke. Oh, es geht. So. Mach ich Ricke. So. Haltung. Oh, ich schwirr zu. Oh, es regnet. Oh Mann, was ist los mit den Leuten? Wieder alleine. Ich bin wieder nur alleine. Susan. Dreckiges Wasser. Krutz wächst. Ja. Dreckiges Wasser ist wahrscheinlich schwierig wieder. Susan, die krabbelt doch wieder auf allen Vieren. Ich weiß es jetzt schon. Okay. Ähm, so. Okay. Okay, Geisterbox. Ähm. Keine Ahnung. Fotoapparat. Tanglewood regnet immer? Ach was. Nein, 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 nein. Hör auf. Baby, aufs Red. istas. Dosser going to your streamer. Hehehe. Oh, your streamer of hearts. Tonsias. Gut. Happy Ons. Ja, das ist auch mal gehn. Fasten, das schrecken. Hey, können wir nur schlüssel? Ja, wir können. Schlüssel haben wir. Komm, ich nehme auf die Kamera. Ich stell das unten. Es regnet. Oh, der Zaun ist schief. Weißt du, den hübschen weißen Gartenzaun, aber alles schief. Schlüssel? Hi. Hey, wie ist das? Hm? Was, wie bitte? Selb. Wie bitte? Ist Profi, ja. Okay. Okay. Nein, noch nicht. Ich komme. Ja, hast du die letzte gelesen? Voll leckere Rezepte drin. Oh, ist die Uhr laut. Da schon mal nicht. Nee, geht's nicht hoch, ne? Hier gibt's nur einen Keller, glaube ich. Die Fernseher kann man anmachen. Oh, Testbild, großartig. Oh nein, redet gleich Carol Ann zu uns? Komm, lass uns das Fenster hoch, komm anschauen. Oh, Macbeth. Macbeth, steht da im, oder liegt da im Dings. Oh mein Gott, der Geist, kommt alles glatt aus. Okay, dann frage ich mal überall. Bist du da? Sprich mit uns. Oh, Schlüssel. Gib mir ein Zeichen. Okay. Ach, Grad ging gut. Hier, Kinderzimmer, würde ich sagen. Er ist 7 Grad hier. Babyraum. Hä? Der war das, der war das, ne? Nee, der war's nicht. Der war's. Okay. WMF? Oh, drei. Drei, okay. Dann würde ich den mal in die Box ausprobieren. Das ist immer so 7, 6 Grad, 5. Der Schrank hier ist gerade aufgegangen. Ich hab nicht aufgemacht, der ist von alleine aufgegangen. Guck hier. Bah! Okay, dann, äh, geht mal raus hier. Bist du da? Bist du ein Kind? Gebt mir ein Zeichen. Schreib bitte ins Buch. Bist du da? Was tue ich? Ähm, reagiert nicht, aber ich hab einen Schritt gehört. Ja, wahrscheinlich kann, ist es ein Baby, das nicht antworten kann und dir ins Bein beißen wollte. Hättest du das für realistisch? Hallo, Hase. Hihihihi. Ähm, okay. OV, ich hol mal OV. Oh, äh, Geisterbuch. 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 Geisterbuch, okay. Könnte jemand mal in Nachtbuch. Was denn für Zeichen? Warte, ich fotografier mal eben. Keine Wurte. Ich dachte, dass wir es euch auch machen können. Hast du? Ja, hab ich. Okay. Oh. Haben wir Orbs? Ja, Orbs und, ähm, Buch. Also, es gibt Quertemperaturen oder GMS. Fingerabdrücke, könnte man noch gucken. Pantom, Poltergeistchen, Mare, oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Der Meter liegt im Raum wahrscheinlich noch. Bewegungsdenser ist gerade angegangen und das war halt nicht ihr. Warte mal, ich packe die mal weg und hole mal... Salz auf jeden Fall. Okay, Salz. Ich hab zweimal Orb im Buch, echt? Oh, Entschuldigung, ja, stimmt. Geisterbuch. Shade, Shade oder Jurei, okay. Dankeschön. Die Temperatur ist gerade schon bei drei Grad gewesen. EMF ist drei. Temperatur ist drei. Aktivitätsschneider auf 6. Entschuldigungsafter. EMF 5, wir haben's. Okay, super. Gott sei Dank. Huhu. Es ist ein Shade. Alles klar. Ein Shade, ein Shade, ein Shade. Ein Shade ist mir auf jeden Fall lieber. Ja, okay. Okay, Salz hat funktioniert. Das ist schon mal gut. Ähm, Kruzifix könnte schwierig werden. Wasser könnten wir nochmal gucken. Ja, Wasser. Äh, Salz. Ach, was schlepp ich dir denn wieder mit hier? Ja. Wir brauchen einen Bara-Tanak, wo man. Nein. Nichts, ne? Kein Bad, oder? Doch, doch, ein Bad ist da, aber es ist kein... Nee. Ich hab Wasser aber in dem Haus auch echt schwer. Ja. Es gibt, glaub ich, nur zwei Waschbecken. Es gibt, glaub ich, nur zwei Waschbecken hier. Ja, und vor allem die ist ja dann in dem Kinderzimmer und nicht an dem Bad oder sowas. Nee, aber nebenan. Nebenan ist ein Bad? Wie bitte? Nebenan ist ein Bad? Ja, nebenan ist ein Bad. Da, guck. Zeig's mir mal. Da, hier ist das Badezimmer. Ach, da. Boah, Gott, wie oft geht's denn da ran? Das weiß ich nicht. Der ist nicht bemerkt dann. Nee. Ähm, du hast doch nicht mehr zufrieden. Oh, sie hat gesungen! Sie hat gesungen! Sie hat gesungen! Ja, ich hab's gehört. Ich dachte schon, hast du die Tür jetzt zugemacht? Nein! Ich hab die Tür nicht zugemacht und ich hab auch nicht gesungen. Das war sie. Ja, gut. Hey, kurz deswegen war jetzt nicht die Frage. Nur Milch reinsteigen. Ist das Dose intolerant? Ja, genau. Oh. Alles klar, Kieseliebauer. Schön, dass du da bist. Was? Also, sie hat eben gesungen. Da ist mir eine brennende Kerze auf dem Boden. Das passiert nicht. Nein, passiert nicht. Komm, wir gehen. Ich hoffe, sie ist gut versichert. Wackelt einfach das Haus ab. Oh, sie hat gesungen. Sie hat gesungen. Ich will nicht mehr. Sie hat gesungen. Es ist doch schön, dass sie singt. Bitte was vorsichtig und du rennst weg. Also, das mit dem Wasser können wir wahrscheinlich echt nicht machen. Ja, also, es gibt nur zwei Waschbecken in dem ganzen Haus. Also, von daher... Und sie hat jetzt Spaß mit... Ne, das ist Blitz, ne? Ne, war kein Blitz. Spaß mit Licht hat sie. Da ist der Orb wieder. Ja. Ja, ich glaube... Also, ich habe Schade. Ja. Also, es wird sonst nichts mehr passieren. Wie gesagt, zwei Waschbecken. Die Wahrscheinlichkeit, dass das noch passiert, ist gering. Das mit dem Kruzifix ist auch immer so ein Problem. Wir haben auch nur eins, oder? Wir haben nur eins. Wir könnten es noch ins Zimmer reinschmeißen, ne? Aber... Das habe ich ja schon gemacht, aber... Ich brauche es eigentlich zwei, um das sinnvoll zu machen. Ja, okay. Nehmt nach vier mit und kreist den Geist ein. Kannst du ja nicht. Du kannst vielleicht nur zwei, sonst wäre cool, wenn du mehr mitnehmen könntest. Also, irgendwie höre ich das nie, wenn die singen. Doch, die machen immer... Sowieso immer ganz dezent. So wie so ein Gute-Nacht-Lied. Das finde ich immer so gruselig. Ja. Kann man jetzt abhauen? Ja, ich will hauen ab. Komm, dann können wir vielleicht noch irgendwie was anderes machen. Noch eine kleine Karte oder sowas. Genau. Aber der Orb hat Spaß, glaube ich. Vielleicht haben wir ja endlich mal jetzt einen Gruppengeist. Das wäre doch auch mal schön. Shit. Wolltest du gerade auch was sagen? Vielleicht haben wir dann... Endlich... Dann warst du weg, Lizzie. Einen Gruppengeist. Ich habe nur Anfänger-Sachen. Ja, das wäre mal schön. Ja, richtig. Bisher alles nur alleine. Ja, ich habe Asylum, Highschool und Ridgeview nur auf Anfänger tatsächlich. Das ist fad. Ja. Ja, da müsste ich einmal... Alles nur Anfänger. ... rausgehen. Genau, gehst du raus, kommst wieder rein in die Lobby für anders. Das wird ja... Mhm. Ja, bis gleich. So. Welcome back. Welcome back. Äh, warte. Ah, da bin ich wieder. Okay. Also Edge-Fields-Fouse ist das einzige, wo ich... hab. Das haben wir gerade gemacht. Du bist total abgehackt. Ja, das haben wir gemacht, aber... Ja, bist du auch. Dann kannst du du noch mal raus, dann wechselst du noch mal durch. Soll ich wem besser zu hören sein? Ja. Kommen sie rein, können sie rausgucken, genau. Huch? Ist Teron doch rausgegangen? Ja, weil auch Aufträge nicht so toll waren. Wer ist jetzt dann? Okay, Highschool-Profi hätte ich. Farmhaus, bleibt ein Farmhaus-Profi? Friedhaus fortgeschritten oder Asylum fortgeschritten? Oh, das bleibt ein Farmhaus, oder? Ja. Machen wir halt. Ja, das Farmhaus ist ganz gut, weil sonst... Wenn das zu kurz ist, weil wir irgendwie alle sterben oder was weiß ich was, da können wir immer noch eins hinterher schieben, aber... Das stimmt. Ich vermisse immer noch, dass wir einmal alle sterben. Hast du das schon ausgewählt, Bill? Alle sterben. Ja. Ja, dann muss ich schon wieder raus. Ich hab wieder gar nichts. Ich kann nicht bereit drücken und ich seh keinen Auftrag. Ja, ist bei mir genauso. Okay, bis gleich. Das ist jetzt ein Bug, den die eingebaut haben. Ich glaub, es hilft mir gar nicht rauszugehen, oder? Ja. Weiß ich nicht. Aber es... Dann muss man eine neue Lobby machen. Okay, also eine neue Lobby. Weiß nicht, Theron? Geht's jetzt bei dir? Nein. Bei mir auch nicht. Neue Lobby. Neue Lobby, dann bis gleich. Dann hilft das gar nicht mit dem rausgehen. Ja, bis gleich. So. Yay. Okay. Private Spiel darstellen. Zack. 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 Bing. Bing. Hallihallo. Hi. Und? Was hast du zur Auswahl? Schauen wir mal. Fortgeschritten. Anfänger. Profi. Tanglewood auf Fortgeschritten. Asylum auf Anfänger und Highschool auf Profi. Highschool muss jetzt grad nicht nochmal sein. Dann machen wir Tanglewood, oder? Dann machen wir nochmal Tanglewood, ja. Okay. Tanglewood. Gut. Starke Taschenlampe. Fotoapparat. Alles außer Tierwärmung. Was? Kommst denn da jetzt drauf? Salzräucherstäbchen. Ähm. Feuerzeug haben wir. Dann mach ich nochmal ein zweites Kruzifix dazu. Ja. Ähm. Haben wir zwei. Zwei Videokameras. Salz. Zweimal. Räucherstäbchen. Sogar dreimal. Stativ. Stacke Taschenlampe. Bewegungssensor. Thermometer. Sanity. Geister. Ich glaube. Ich glaube. Ja. Passt. Ich glaube. Ähm. 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 Ich glaube. Ach. Nö. Ja. Es ist. Es muss ein Bug sein. Es ist tatsächlich so. Ich kann den Job wählen. Aber bei mir wird kein Auftrag ausgewählt oben angezeigt. Okay. Aber ich kann es trotzdem. Warte. Ich glaube. Ich kann es trotzdem auf Start drücken. Ich versuche es mal eben. Moment. Ich drücke. Ja. Hä. Jetzt ist Terror nicht bereit. Ich habe auch bereit geklickt eigentlich. Jetzt ist Pando nicht bereit. Jetzt bin ich bereit. Nee. Nee. Dann ist es was Bugiges. Ich drücke auf Start. Jetzt sind alle bereit. Nee. Bei mir nicht. Warte mal. Äh. Bist du jetzt die einzigeste wo bereit ist? Ja. Und bin ich jetzt auch bereit? Ja. Bea auch. Pando auch. Ich versuche meinen Job zu starten. Weil wir sind eigentlich aus unserer Sicht nicht bereit. Ja. Nee. Ich kann nicht. Kann ich nicht. Ja. Ja. Mach mal noch meine neue Lobby auf. Juhu. Ich mach meine auf. Ja mach mal bitte. Ja. 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 noch mal das ganze. Äh. Kurz effects. Videokamera. Fotoapparat. Also ich könnte Edgefield Street House fortgeschritten machen. Oder. Das Farmhaus. Ging auch. Die Farmhaus. Fortgeschritten. Das ist. Das ist. Das ist. Das haben wir ja gerade gemacht. Ah. Bist du. Genau. Mh. Okay. Ähm. So. Fotoapparat. Videokamera. Feuerzeug reicht eins auch raus. Salz haben wir zweimal. Drei Röcherstäbchen. Kruzifix haben wir auch zweimal. Das. Das. Passt. Passt. Wackelt. Ja. Neustarten. Ich denke mal so geht es jetzt auch. Jetzt habe ich ja oben auch was stehen. Na. Das ist. Nur komisch. Wenn man dann nichts zu stehen hat. Ja. Ganz. Die Farmhäuser sind. Oh. Das ging aber fix. Das ging schnell. Die Farmhäuser mag ich auch nicht. Rike. Weil die so düster sind. Denk ich fast. Ich war der schnell langsamste hier. So. Sowohl. Oh. als auch. Oh mein Gott. Ja. Richard mag uns. Richard mag uns. Wir haben endlich mal ein Gruppengeist. Juhu. Gruppengeist. Zehn Grad. Foto vom Geist. Meh. Geister Event. Yay. Freude. Okay. Ich habe die Geisterbox. Ähm. Nehme ich EMF noch mit. Und dann. Können wir los. Meinst du mal Geisterparty. Gruppengeist. Glückwunsch. Und so. Ja. Es erinnert ja auch. Wenn mehrere Leute da sind. Reagiert. Das ist immer schwieriger sonst. Ja. Gemeinsame Geisterparty. Leg los. Das geht. Das geht denn mit den Charakteren besonders schön. Knarzt. Knarzt. Die Fliegenfänger. Es ist alles authentisch. Oh, da hängt ein Diplom. Diploma. Für den Winner 4th Regional Food Competition. Jetzt haben wir nicht den Namen. Für den 1. Platz in der Kategorie Pumpkin Soup. Im Flur wieder. 7 Grad, also 6. Das ist noch nicht wirklich gefriert. Okay, haben wir irgendwo die Videokamera platziert schon? Nee, ne? EMF liegt schon, okay. Ich würde die Box mal eben probieren. Achso, ist ja egal, wir sind ja da. Bist du da? Ja. Bist du ein Kind? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Wir haben gefriert, Herr Barthor. Ich habe einen Schritt gehört. Step. Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Step. Step bitte ins Buch. Nein. Okay, ich hole eine Videokamera. Mein Flurgeist, ja. Pumpkin hält. Im Flur finde ich immer doof, weil... Stimmt, hier sind ja auch noch die Pumpkins. Guck mal. Die sehen aber ein bisschen... Die sehen aus, als... Die haben Gefriertemperaturen. Hatte Pando, glaube ich, eben schon gesagt. Gefriertemperaturen. Gut, Videokamera wäre ganz gut. Der Weg ist so weit außenrum, aber ich wollte jetzt nicht hier durch das Haus gehen. Oh, der Weg ist sehr weit durchs Haus. Die Büsche leuchten auch ziemlich. Jetzt hier von der Seite noch irgendwo ist ein weibflüssiger Leerwolf ankommen. Was? Ich wollte sie mitnehmen, die Puppe. Hui! So. Was? Du hast die Wohle-Puppe mitgenommen. Warum? Ich habe keine Puppe mitgenommen. Das ist nicht gut, die mitzunehmen. Das ist, glaube ich, nicht... Die nehmen wir jetzt mit, okay. Warum nicht? Ähm, Foto-Event. Okay. Kann man auch fotografieren für den Dings, ne? Knicklich da aus. Hier, sehen Sie. Wer hat jetzt die Puppe? Ich nicht. Hab die da auf dem Regal? Nee, nee, nee. Die ist bestimmt wieder ins Haus geploppt. Die macht nämlich dann ganz komische Geräusche und dann geht die weg. Ich wollte sie gerade fotografieren, weil die gibt auch ein Foto. Dann müssen wir wohl wieder rein. Okay, ähm... Was brauchen wir noch? Weg. Ah, ich habe sie in der Hand. Warum haben wir sie jetzt in der Hand? Ähm... Okay, das ist aber ein bisschen gruselig, oder? Gut, EMF hat nichts gebracht. Geisterbox. Also mit mir hat der Geist nicht geredet. Und Knochen haben wir auch. Hä? Die Puppe... Wir haben gerade zweimal... Jeder hat ein Foto gemacht von der Puppe. Eins ist Interaktion und eins ist Knochen. Hier im LKW ist der Knochen. Ja, drück mal J. Also siehst du ja die Foto. Jaja, ich sehe das. Aber warum ist der bei uns zum... Von anderen Winkeln von dieser... Warum ist der bei uns zum LKW? Okay, das ist jetzt ein bisschen gruselig. Bauch, die Brudepuppe gegen Kruzifix. Geist wird damit bestimmt einverstanden sein, ja. Das ist schon ein bisschen unheimlich. Internet ist wieder da. Die Geister knuspern wohl aktiv in der Leitung. Oh nein, das nicht. Ja, wir kommen jetzt auf dich zu. Ja, wir kommen jetzt auf dich zu. Ich räuchere mal. Okay, geil. So, geräuchert. Oh, Schritt. Oh mein Gott, Kieseliepapa, mach das doch nicht. Dankeschön für den Host, Kieseliepapa, dankeschön. Äh. Warum? Ach so, wer probiert die Box aus. Dafür muss man aber eigentlich nicht die Tür zumachen, glaube ich. Ich glaube, es geht auch bei offener Tür. Da wurde gerade irgendwas umgestoßen. Was ist das? Oh. Da war ja was, Rieke, dankeschön. E-MR-5. E-MR-5? E-MR-5, können Sie? Ja, E-MR-5. Mann, der Schiff wie ein Host, Rieke. Phantom oder Banshee, okay. Phantom oder eine Banshee. Ähm, Fingerabdrücke. Oder ein Orb. Fingerabdrücke oder ein Orb müssten wir jetzt noch ausmachen. Ich guck mal, ich guck mal auf die Kamera. UV-Lampe. UV-Lampe müsste aber drinnen liegen. Ja, ja, hat er. Ich hab erst Baulampe verstanden. Achso. Ich hab mich gefragt, was ne Baulampe jetzt hier ist. Kein Ding, Rieke. Alles gut. Und Lampe. Ah, der Kürbis. Mit Gesicht. Immer beim... Wie bitte? Jemand beim LKW, PKW, whatever, kann die Aktivität... Wollen wir gerade, ja? Wir wollen wegen Orb gucken. Also ich hatte keinen Orb gesehen. Orb, es waren keine. Ach, Mensch. Darüber Fingerabdrücke. Da muss irgendwo wahrscheinlich Fingerabdrücke sein. Nee, das ist Tierräum. Das sind Gefriertemperaturen. Das brauchen wir eigentlich noch. Da ist ne Taschenlampe wieder an. Ist das die UV-Lampe, die da an ist? Oh, Mann. Leuchtstab, glaube ich. Ah, okay. Also entweder... Ja, wie kriegen wir das jetzt noch hin? Atom oder Benji, ja. Wir brauchen entweder Fingerabdrücke... Wenn wir keinen Orb kriegen, brauchen wir Fingerabdrücke. Oder nochmal ne zweite Kamera platzieren. Ne, ne zweite Videokamera platzieren. Ne, das kann ich wegschmeißen. Ja, dann platziere ich nochmal ne zweite Videokamera. Da war der Geist. Ne, das war nur Terror, genau. Wie kippt denn das hier so um, das Holz? Hey. Tag. Guten Abend. Also Fußspuren hast du auf jeden Fall schon mal hinterlassen. Nummer eins. Ich finde keine Fingerabdrücke oder so. Sollten wir die Fußspuren auch fotografieren? Achso, im Salz meinst du, ne? Huch. Ich schmeiß die mal eben ganz kurz. So. Hieriger Ort, wie der für Fingerabdrücke. Hm. Aber du musst direkt bei euch sein, der Geist. Bewegungssensor ist wieder ausgeschlagen, direkt neben euch. Hä? Kommt mal her, hier zum Fingerabdrücken. Zeig dir, Jan. Kann jemand fotografieren? Okay, dann hat sich da jetzt gerade... Oh, Benji, doch. Verledigt. Dann haben wir Fingerabdrücke. Das ist ja perfekt. Dann, äh... Interaktion, Fingerabdrücke. Benji. Benji. Cool. Ja, 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 ja. Du bist doch draußen, oder? Oh nein, keine Fotos mehr auf der Kamera. Rieke, bin ein Dämon. Nein, du kriegst keinen Dämon. Aus jetzt. Wir wollen keinen Dämon. Auch kein Revenant. Okay. Weißt du dir, was seltsam ist? Hm? Ich hätte mich jetzt eigentlich hier sehen müssen, aber ich war nicht zu sehen, ob der Bild hier reinkommt. Nee, man kann sich, glaube ich, nicht selber sehen. Das ist wie mit den Fotos. Man kann sich, glaube ich, nicht selber... Ja. Das ist merkwürdig, ja? Ja. Die Fotopuppe, oh mein Gott, wie süß. Wie süß. Wie süß. Die hängt hier unten in der Ecke. Macht Handstand. Ja, ja. Oh. Die ist wirklich putzig, die Boudopuppe. Ja. Vampire haben auch kein Spiegelbild. Ja, ja. Weißt du was, Biel? Vampire brauchen Einhorn-Tattoos. Was? Vampire brauchen Einhorn-Tattoos? Was? Ja, mein Chat versucht mich schon seit über einer Woche zum Einhorn-Tattoos zu überreden. Warum ein Einhorn? Ja, das war... Hat sich so ergeben in der Assassin's Creed. Warum ein Einhorn? Eigentlich ist Chris schuld. Aha. Die automatische Stimmeerfassung hat dann erkannt, dass es ein Einhorn-Tattoos werden muss. Okay. Hast du gewürfelt, was dein Tattoo werden soll oder was? Jetzt wird es spannend. Ja, da gibt es Clips von. Ah, okay. Das Wo ist das Beste? Ja. Also, genau. Die haben auch ausgewürfelt, dass es auf der Pobacke sein muss. Und ich habe im Discord auch schon Entwürfel bekommen, wie es aussehen muss. Okay. Wahrscheinlich so wie von mir gezeichnet oder sowas. Nee, sieht schon ganz witzig aus, aber nein. Ein Einhorn auf die Pobacke. Also hör mal. Und womöglich noch einen Vlog davon machen, ne? Hekt die Puppe bei dir auch schon, komm ich auf den Drucker. Ja, etwas schief, halt. Was macht ihr? Okay. Sie steht schräg. Ja. Ja, die fliegt immer so rum, wenn man so irgendwie hinwirkt. Ja, ich weiß, die klatscht dann mal irgendwo gegen. Jetzt macht sie Kopfstand. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja, wahrscheinlich kriegt der Geist dann auch Kopfschmerzen. Wollen wir dann fahren? Die bewegt sich definitiv nicht in Richtung Geist. Ja, bitte. Habt ihr alle Banschi, ne? Ja, okay. Und jetzt sind wir die Wude, Puppe, bitte. Ja. Wir haben hier so viel Kram. 100 Dollar. Yay. 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 Yy. Genau, The Last Unicorn. Der Pobacke. Jetzt hab ich Bilder im Kopf. Hihihi. Wenn ich an den Filmzettel denke, kriege ich gerade Bilder von Trump, wie er noch im weißen Haus sitzt und das letzte Einhorn spielen will. Niemals. Der hat keine Ähnlichkeit mit dem letzten Einhorn. Niemals. ja da hat auch so eine tolle wenn auch nicht fest das ist dann pens schmendrick der zauberer du hast kurz unscharf lissi niemals reicht für heute da würde ich auch sagen bevor wir jetzt irgendwo hängen und nicht rauskommen bei uns irgendetwas denke ich mir mal man soll aufhören wenn es am schönsten ist ja ja muss man bei mir im discord im allgemeinen hässlich der channel da gucken ok bs neue probacken das muss ich mir angucken ja ich glaube auch mein probacken kattout siehst du da nicht ich hab da die andere seite die andere seite bs dunkle seite sozusagen ja gut dann verabschiede ich mich schon mal so weiter aus euren schätzen aus eurem streams und komm gut nach hause schlaft schön morgen dann 18 30 endlich wieder die älter scrolls online ja genau die regenbogen seite ja wohl hoffentlich dann wieder funktionieren alles ja es läuft ich hatte es gestern und heute einmal an und ja dann sag ich tschüss und bis morgen genau genau ihr leben das war es wäre so kurzweilig dass der hammer wie schnell die zeit vergeht und belohnung haben auch gekriegt sehr schön verträge spielen knochen geist alles fertig nicht schlecht morgen 18 30 die älter scrolls online dann mit madel mit behe und pando müsste alles wieder funzen also ich habe es gestern und heute laufen lassen und wenn jetzt morgen nicht irgendetwas blödes dazwischen kommt und das will ich nicht hoffen toll 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 dann 18 30 sie hat das kurz online noch irgendwas sonntag sehe ich zuversichtlich dass wir endlich wieder lesen lernen die geschütze machen können und ein spiel wir werden dann metro weiterspielen und was würde ich sagen nächste woche mittwoch kann ich einfach schon mal sagen es wird dann vermutlich nicht fast nur hobby werden wir werden dann wahrscheinlich das kurzweilig pausieren und dann endlich mal grounded anfangen wir haben vorhin schon einen test gestartet und scheint zu funktionieren mit dem mit dem cross kam zwischen steam und xbox und dementsprechend nicht traurig sein also phasmophobia bleibt auch bei uns auf der liste definitiv das kann ich auf jeden fall schon mal sagen weil dafür macht uns allen viel zu viel spaß wir warten mal ab vielleicht gibt es ja demnächst wieder update sonst irgendetwas und dann nächste woche mittwoch werden wir dann wahrscheinlich dann grounded spielen in der gleichen konstellation und dann denke ich mir mal pink fluffy unicorns walking on rainbows dankeschön rieke ja dir auch eine gute nacht schlaf schön querkus auch eine gute nacht schlaf schön wir werfen red dir auch eine gute nacht schlaft alles schön dark night dir auch und bis morgen dann morgen gibt es dann wie gesagt endlich mal wieder die ellers kurz online ich kann das schon gar nicht mehr spielen weil jetzt drei wochen haben wir es glaube ich nicht gespielt damit das noch richtig in erinnerung habe bin sind die auch und dankeschön noch mal an euch hat mich riesig gefreut und dann sage ich passt gut auf euch auf bleibt gesund und ja vielleicht bis morgen bis sonntag bis nächste woche kann ich schlecht sagen vielen dank fürs zuschauen und alles liebe wünscht euch das hier macht's gut ihr leben bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal